Wir sind hier gerade in unserem Probencenter und zeigen euch die ganz, ganz, ganz geheimen Aufnahmen vom Making-of für unsere Albumaufnahmen. Also schaut zu! Hier wird nur Hightech verwendet. Ich soll das auch kommentieren, aber das mache ich schon die ganze Zeit. Ich kann nicht jedem Kollegen verantwortlich sein. Ich kann nicht jedem Kollegen verantwortlich sein.